so wir sind in seiner viertletzten aufgabe dran dann sind wir endlich fertig mit blankathon ich kann es auch langsam nicht mehr sehen ich will einfach wieder meine waffen aufleveln und 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 ich habe jetzt mal gerade eine neue waffe auflevelt das mich dahin so und zwar habe ich mir gemacht den todesjäger hatte ich aber auch direkt schon ein bisschen modifiziert solchen drauf kommen ich glaube einfach nur das wollte ich jetzt eigentlich nicht egal material haben ja genug man sieht ja mehr kritischer schaden und nachladegeschwindigkeit erhöht vom schaden her macht es auch schon mehr als die nagelpistole weil die nagelpistole die ganze netton ploppen also ich mag sie überhaupt nicht aber wir gehen jetzt einfach mal rein und spielt macht die nagelpistole aber noch kaputt oder keinen voll ja oder auf allem ab mal damals da mal jetzt hier radikal ja verwerten durch links ein bisschen was wieder sagt es richtig also die mensch definitiv nicht noch mal spielen weil die hat mir überhaupt nicht gefallen so hier gerade die waffen tauschen so als mission haben wir jetzt zugabe das heißt platziere boxen und wehre den sturm in einer 40 plus zone ab indem du ihn mit dem größten hit von steel wool beschallt würde ich sagen dem einfach mal rein ich hoffe das ist es egal in welcher runde wir das machen aber wir werden es jetzt einfach mal sehen wir gehen einfach da rein wo sie uns reinschicken weil zurzeit gibt es echt probleme überhaupt mitspieler zu finden da haben wir anscheinend noch ein youtube gelegen aber erst mal alles stumm gestellt dann hier sieht diesen wunderschönen ladebildschirm ihr wisst doch was das bedeutet jetzt ist die like zeit kommentiert zeit und wenn noch kein abonnent ist kann jetzt gerne abonnieren wie gesagt uns fehlen jetzt noch zwei abonnenten dann kommt auch schon die neunte zahl vom passive code dazu wenn du wissen willst wie du den passive code gewinnen kannst beziehungsweise knacken kannst unten in der video beschreibung ist einfach ein link drin da stelle ich mich einmal vor und auf wie du den code knacken kannst und noch mal danke für die jetzt schon 88 abonnenten wer böses denkt bei 88 monte so gehen wir jetzt erstmal rein ich hoffe wir finden die ziemlich schnell weil sieben stück ist schon ein bisschen was da sind sie schon so die aufnahme so schon deutlich besser als die letzte ich hoffe jetzt zuerst einmal das waffenlager das waffenlager ist jetzt in betrieb füge zum herstellen deiner ersten bombe blue glow hinzu dass die frames jetzt nicht also die kodierung jetzt auch passt aber ich war aber auf das geruckelt hier an sich das ist fortleid das bin ich meine musik hörte fiel mir was auf die höhlen haben sie gehasst ich habe über die zeiten auf tour nachgedacht hier werde ich anscheinend nur vier stück finden und der zweites album pressure systems abs mit zum ersten mal angehörte schämen den kämpfen ach weiss können wir direkt die waffe testen das ist eine halbe waffe das geruckelt ist nicht von mir ich habe irgendwie an jeder hand die die übliche anzahlen ist das denn und diese verlangsame ich versuche es nicht persönlich zu nehmen jetzt will ich auch die belohnung haben Geht nicht Wo ist er? Komm her Nein, das liegt nicht an mir, das Geruke Ich weiß nicht was da los ist So, das ist dann Nummer 4 Und mehr Boxen haben wir hier nicht Oh Gott, was habe ich denn für eine Invasion hinter mir Ich gucke immer wieder rüber, das liegt wirklich nicht an mir Keine Ahnung woran es liegt Och komm, ich war doch schon da oben So, woran hängst denn? Ich habe ein paar Schienen in dein Inventar gepackt Verbinde das Waffenlager mit dem Werfer sobald du bereit bist Also was die Aufgabe betrifft, muss man wohl zwei Missionen machen Weil ich habe jetzt hier direkt nur vier Stück gefunden Gucken wir mal hier mit der Bombe gehen Wir sind hier runter Da hoch, da rüber Ja, da kommen wir schon mal nicht hoch Warte mal hier rum Oh Mann, ey Oh Mann, ey Kommen wir hier rum Ich glaube, die sind falsch am Bauen Ich glaube, wir müssen hier hoch Oh Mann, oh Lama Ich glaube, wir müssen hier hoch Oh Mann, oh Lama Aber hier kommen wir auch nicht runter Naja Hier kommen wir auch nicht runter Hey Au Warum Warum Wirklich Schon wieder Warum Au Warum Warum Jetzt muss ich ja schon genauer hingucken, ey Jetzt muss ich ja schon genauer hingucken, ey Wirklich viel Schaden macht die Waffe jetzt auch in meiner Augen, wenn nicht Was ist das denn, ey Was ist das denn, ey Verbindung hergestellt Ich sage, gefällt mir die Waffe aber echt noch am besten, ey Ich sage, gefällt mir die Waffe aber echt noch am besten Als nächstes müssen wir die Bombe zum Werfer transportieren Mach dir um die Verteidigung der Schienen keine Sorgen Mensch, jetzt reicht es hier, ey Ah, ganz am Teddy wäre gut so Folge der Bombe und Sorge für ihre Sicherheit Manchmal nerven die echt Die Bombe ist in Bewegung, beschützen sie Ja, ich bin da Die Bombe nimmt Schaden Die Bombe nimmt Schaden Nein, mehr Schaden Die Bombe Die Bombe Die Bombe Die Bombe wird unterbrochen Du bist kein Bär Ich war kein Bär Ich war kein Bär Schienenverbindung hergestellt Synanlier Ja, die Idee dieser Hör auf, auf die Schienen zu bauen. Was macht der da nicht? Hier sieht man überhaupt nicht, wo irgendeiner ist. So soll man hier die Scheiße verteiligen. Ich bin ein Geher. Die wissen schon, dass die immer wieder weiterleben und weiterlaufen. Wir haben es geschafft. Du musst schon zugeben, dass das unheimlich cool ist. Mit dem Ding könnte ich all meine Probleme in die Luft jagen. Okay, das reicht. Dann an die Arbeit. Die Bombe wurde in den Werfer geladen. Während der Werfer auflädt, visiert ihr den Riss automatisch an. Verteidige den Werfer und mach dich dabei auf einige ungebetene Gäste gepasst. Tja, jetzt haben wir nämlich alles hier liegen. Okay, obwohl so dumm ist das eigentlich gar nicht. Ganz so dumm ist die Idee nicht. Was ist das so dumm ist das denn? Bis zum nächsten Mal? Bis zum nächsten Mal. Ja, ich meine. Wenn das so dumm ist. Okay, aber wie gesagt, wobei sie das also geht. Das ist doch matter. Ich glaube nicht so. Das würde man gerne reparieren. Was lebt der denn so lange? Keine Munition, ich kriege... Ich glaub echt, ich bleib einfach bei meiner Rat dabei. Ich bin ein Bier. Ich bin ein Bier. Ich bin ein Bier. Das ist der Umwerfer? Oh, das ist doch... Das ist doch... Oh... Oh... Ist das dein Herz? Gleich geht's los. Nur noch 30 Sekunden. Wo sind denn die anderen? Der eine ist... Easy. So, wie gesagt, die anderen drei Stück sammle ich dann solo noch bei einem. Aber jetzt habt ihr ja gesehen, die stehen einfach in der Welt rum. Von daher eigentlich easy. Aber die Waffe gefällt mir auch nicht so. Ich glaube am meisten einfach Sturmgewehr. Einfach Sturmgewehr, Feierabend. Einfach eher... Nichts besonderes. Hab ich noch den meisten Schaden gemacht. Ich sag ja die... Der eine hat nicht viel gemacht. Der Guttuber da, der hat ein bisschen... Ich glaub auch was. 600 EP. Süß. Heute hab ich glaube ich fast meine 2 Millionen geknackt. Schon gar nicht mehr sicher. So. Jetzt kommen wir aber noch zu den Lamas. Da gibt's nämlich einige. So. Und ihr wisst ja, wenn ich euch irgendwie helfen konnte bisher überhaupt bei Fortnite, oder euch das ganze gefällt, gerne ein Abo da lassen. Ihr wisst ja. Ladebildschirm. Like Zeit. Kommentiert Zeit. Abonniert Zeit. Vor allem die Ladezeiten sind hier noch kürzer als auf der Playstation. Heute kurz die Playstation angehabt. Allein bis das Spiel startet. Das dauert ja eine gefühlte Ewigkeit. So. Dann hofft man, dass wir in den Lamas was gutes drin haben. So. Ich hab doch nochmal... Ach, das Sommer Event hab ich gespielt. Zack. Zack. Ah, immer her mit dem Gold. So. Überlebende. Überlebende ist immer gut. Auch wenn ich immer nicht weiß genau wie ich's machen soll. So. Spinnt. Ich hab einen alten Job. Da wollte ich das hin. Ich hab wirklich dir gehören. Wir können drei Stück einlösen. Willst du etwa? Meine Bühnenshow hat einfach alles. Ich bin Überlebende. Ne. Ja. Mach kein Geld. Beleg mal dafür 500 Tickets. Ne. 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 Kann man auch nicht machen. auch direkt zwei. Ja. Ja. Das ist schon Zeit für mein... Kann ich mal ein selten los haben. Ja. 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 Bisschen EP-Boost. Ja. Die Skizze hab ich schon. Wie der Neld. Och Leute. Hm? Ich weiß nicht ob ich es schon hab. Ich glaub die kann man gar nicht höher hauen. Ja. Ja. Immer schön EP drin. Soll ich mit so viel verteidigen? Ja. Na. Kampfer. Ja. Ein Überlebender. Das war eben fix. Eieieieiei. Die kann man sich auch glaub ich sogar kaufen oder? Ne. Ich bin ein anderer. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Was steht im Hals bin ich geschnitzt? Hey. Ein Rast. Hast nicht gesehen. Nette Abwechslung. Uh. Ein 14 Karat Lama. Es regnet Gold. So. Jetzt bitte was. Och jo. Zwei Skizzen. Nehm mal mit. Achso. Welche. Haha. Es ist das jetzt nichts. Fwfwwfwf So. Ja, wuhfwfwfw vind SpacehK Nehm. Ich schnell die. Ich hoffen. Ah, 50 Takeh jetzt. Eih, doch beide bekommn. Nee, die hab ich das jetzt so we cheesy gekommn. Waa, ich hab jetzt auch so So einst였 mir noch. Mach dich auf den Goldrausch gefasst! ein x haben wir Glück gehabt die mit dem Upgrade ach die kommen gar nicht raus, auch nicht schlecht so, das war das mit den Lamas es geht zu die haben wir noch nicht, die hatten wir auch nicht und die hatten wir auch nicht ne ach hier unten, die Sammlung wird langsam auch schon wieder abartig groß aber da warte ich noch, so tun da unten ja nichts dann würde ich sagen in dem Sinne war es das erstmal mit der Folge hier können wir auch nichts machen die werde ich gleich mal zurückschicken so ihr seht ja, vom Level hat es auch nichts gebracht das scheint hier alles rumfliegen ey zweimal xp schätze doch alles gibt es ah, die hab ich übersehen so was haben wir hier noch so was haben wir hier noch Helden ah uninteressant warum wir eigentlich schon auch nicht oder wie sieht die aus wenn die auf geupgradet ist ach die ist das genau dieselbe so dann würde ich aber sagen was das hiermit erst einmal dann mache ich die restlichen drei stück gerade noch in einer anderen Aufgabe oder beziehungsweise in einer anderen Mission aber das muss ich ja mit euch nicht machen ihr wisst ja wie sie jetzt aussehen die müsst ihr halt einsammeln in dem Sinne sage ich jetzt mal haut rein